Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Meine Frau. Das ist Jay, mein Freund. T.B. hat mir schon viel von Ihnen erzählt. Das Gefährlichste, was ihm über den Weg laufen konnte, war diese Frau. Findest du auch, dass meine Frau hübsch ist? Hi. Hallo. Was willst du von mir hören? Natürlich. Was tun Sie eigentlich hier? Ich brauchte einfach mal Abwechslung. Erst als es zu spät war, merkte er, wie gefährlich sie wirklich war. Bist du dasselbe wie ich? Ich glaube, ich habe nicht das Recht, irgendetwas zu führen. Hast du eine Frau wie sie? Was hat das mit Recht oder Unrecht zu tun? Gibst du nichts ohne weiteres frei. Wenn aus Liebe Leidenschaft wird... Ich habe seit langer Zeit meine wahren Wünsche verdrängt. Genau das darf nicht passieren. Wir dürfen nicht vergessen, wo wir sind und wer wir sind. Du glaubst, du nimmst deinem anderen Mann die Frau weg. Brennende Leidenschaft, gelühende Hitze... Ich liebe dich. Dann werden wir ihn töten. Kevin Costner, der Superstar der 90er Jahre, Anthony Quinn, einer der größten Schauspieler unserer Zeit und Madeleine Stowe, Hollywoods heißeste Neuentdeckung in einem Film von Tony Scott. Wo ist sie? Eine gefährliche Affäre. Revenge. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 מה Sprecher, Discovery in einem Film von Chris Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020